Hallo, ich bin Dr. Libby und meine ersten beiden Bücher sind gerade auf Deutsch erschienen. Stoffwechselkick und Stoffwechselgeheimnis. Ich bin Biochemikerin und meine Heimat ist Australien. Dort sind meine Ratgeber bereits sehr erfolgreich. Möchten Sie auch wissen, was dazu führt, dass Sie nur Muscharm abnehmen oder ständig damit kämpfen, Ihr Gewicht zu halten? In meinen Büchern erkläre ich, wie unser Stoffwechsel wirklich funktioniert. Kalorien sind nämlich nur ein Puzzlestein von insgesamt neun Stoffwechselbausteinen. In meinen Ratgebern erfahren Sie, wie Sie Ihre Gewichtsprobleme dauerhaft lösen können. Ich bin schon gespannt, wie es Ihnen ergeht und bin sicher, Sie werden die positive Wirkung eines aktiven Stoffwechsels am eigenen Lib spüren. Viele liebe Grüße nach Deutschland.